Glück auf meine Kumpel um Aloha, herzlich willkommen zum neuesten Schalke Update, heute mit einigen wenigen, aber sehr sehr interessanten Neuigkeiten und wenn du nichts verpassen willst, folg doch gerne rein, dann bist du immer auf dem Laufenden. Die erste Nachricht ist sowohl freudig als auch schlecht, bezieht sich auf Salazar, der hatte gestern Debüt gefeiert mit Uruguay, konnte zwei Treffer machen in seinem Debüt, hat also jetzt im ersten Länderspiel direkt zweimal getroffen, ein sehr sehr schöner Weitschuss und einmal nach einem Konter schön in die Ecke verwandelt. Plus, der Junge hat auch noch einen guten Pre-Assist gemacht, das heißt, die Vorvorlage im Prinzip ähnlich wie, falls ihr euch erinnern könnt, gegen Drexler dieser Chipball, sowas in der Art, ein Chipball rübergespielt, dass der Spieler von Uruguay nur noch zum nächsten Mann rüberschieben musste und dann ist das Tor entstanden. Generell auch ein Dreh- und Angelpunkt gewesen, diesmal auch über 90 Minuten Vollgas gegeben, sonst reicht es bei ihm ja nur für 50, 60 Minuten, zumindest in vielen Teilen bei uns in der Saison so gewesen, aber jetzt scheint er auf jeden Fall wieder fit zu sein. Und ja, schlechte Nachricht ist, dass er wohl scheinbar doch wechseln will, also laut Bild zieht es ihn ins Ausland, ich habe ja bereits berichtet, dass Vereine in Italien und Spanien interessiert sind, auch Vereine in Brasilien, also da scheint er scheinbar eine große Auswahl zu haben an Interessenten. Und ja, die Tore und die Vorlage und das Spiel tut seinem Marktwert auf jeden Fall gut. Man muss aber auch sagen, der Abgang von einem Salazar ist noch nicht so sicher wie beispielsweise von einem Bülter, wo der Spieler sich im Prinzip schon einig ist mit Hoffenheim und wo im Prinzip Schalke 04 jetzt in den nächsten Tagen sich mit Hoffenheim möglicherweise einigt. Und wo es darüber hinaus auch noch weitere Interessenten aus der Bundesliga gibt, wie Bremen oder Augsburg, also ich gehe auch fast fest davon aus, dass Bülter so in den nächsten sieben, acht Tagen auch wechseln wird. Ja, kann gut, kann schlecht sein, also wenn wir jetzt überlegen, Salazar ist noch nicht so sicher, aber auf der anderen Seite, wenn er dann wechselt, ist das natürlich blöd, wenn es dann so spät passiert. Wenn du jetzt schon Planungssicherheit hast und weißt, welche Spieler alle auf jeden Fall gehen, dann ist das definitiv besser. Aber ja, wir werden sehen, wir beobachten weiter und ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Zweite Nachricht bezieht sich auf Chulinov. Da gab es gestern ja schon Neuigkeiten, dass er in diesem Jahr nicht mehr spielen kann. Jetzt hat sich sein Berater und dass die Verhandlungen mit Schalke gescheitert gewesen sind. Jetzt hat sich da nochmal sein Berater gemeldet und hat die Neuigkeiten dementiert. Er war auch etwas sauer, dass das so kommuniziert worden ist. Also laut dem Berater muss sich Schalke 04 mit Burnley einigen. Chulinov will nach Schalke und der Berater hat auch davon gesprochen, dass sich Schalke und Chulinov schon einig werden, wenn das zwischen den Vereinen passt. Der Knackpunkt ist aber trotzdem seine Gesundheit. Nur ist das jetzt nicht fix, dass er das komplette Jahr ausfallen wird, sondern man erwartet jetzt zum Wochenende in den nächsten Tagen dann die Äußerung von den Ärzten. Und erst dann kann man weiter gucken, ob das eine Sache ist, die man jetzt abwickeln kann. Oder gegebenenfalls, wenn er jetzt wirklich ein Jahr ausfallen sollte oder ein halbes Jahr, ob man das vielleicht erst im Winter macht. Und den Chulinov da erstmal, dass der sich da erstmal wieder zu Bayern kommt, wieder gesund wird und dass man das dann da im Winter vollzieht. Ja, soviel zu Chulinov. Nächster Abgang oder Gerüchte von einem Abgang gibt es auch. Bezieht sich auf Florian Flick, den wir ja ausgeliehen haben, an Nürnberg. Und Nürnberg hat wohl sehr, sehr großes Interesse, ihn zu verpflichten. Hat ja wirklich sehr, sehr gut performt in Nürnberg. Und bei ihm ist halt die Sache, dass er einen auslaufenden Vertrag hat im nächsten Jahr. Ja, Schalke fordert wohl eine siebenstellige Summe, also alles über einer Millionen. Neben Nürnberg soll er auch noch Wunschspieler sein bei Kaiserslautern. Viel und die Bolton Wanderers sind da auch interessiert, alles laut der Bild. Und Heschelmann hat gesagt, dass man mit ihm plant, dass er, wenn er fit ist, auf jeden Fall ein Spieler ist, mit dem man planen kann. Und hat sich jetzt aber auch noch nicht komplett festgelegt, dass Flick jetzt auf jeden Fall bei uns Spieler sein wird. Der Berater von Flick hat auch gesagt, dass er, oder dass Flick Schalke sehr, sehr wichtig ist. Aber auch, dass viele Vereine an ihm interessiert sind und man wohl gegen Ende des Transferfenstern sehen wird, wohin sein Weg geht. Was eine sehr, sehr gute Nachricht ist, dass im Optimalfall laut Berater von Flick, auch was die Bild berichtet hat, er wohl in vier Wochen, also im Trainingslager, dann, wenn es in die heiße Phase geht, angreifen kann. Und was viele befürchtet haben, auch ich, dass er eben nicht die ersten Saisonspiele verpasst, sondern auch da dann ein Kandidat ist, je nachdem, wie schnell er den Rückstand da auch wieder aufbauen kann und wie er dann da performt im Trainingslager. Und ja, finde ich, sehr, sehr gute Nachrichten. Wir beobachten weiter die Situation. Zugänge soll wohl Skarke weiterhin intensiv verhandelt werden, soll wohl Schallenberg intensiv verhandelt werden. Und das sind, glaube ich, so die zwei Kandidaten, wo man am ehesten mit dem Transfer rechnen kann in den nächsten Tagen, Wochen. Auf der anderen Seite wurde auch über Vandenberg berichtet. Ich glaube, Vandenberg können wir uns langsam abschminken. Ich glaube, ihn zieht es dann doch eher in die Bundesliga. Aber wir werden sehen, bleiben weiter dran. Und ich beobachte auf jeden Fall für euch die Situation. Folgt gerne rein, wenn ihr mal auf dem Laufenden sein wollt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Schalke-Update.